noch ein paar Aufnahmen bekommen und da sind Krieger, äh, das ist ein Zombie. Ich hätte bei ihm unser Haus verziehen. Womit? Ah, das zeige ich dir gleich. Der Boden ist übrigens fertig. Der was? Der Boden. Äh. Der Siegeblätterboden. Okay. Hm. 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 Hm, 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 hm. 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 Hast du schon... Du hast angefangen. Überlege. Störg, Zombie. Stör mich jetzt nicht, ich muss denken. der Kanzler für die Ziele und nämlich dann nicht die Spitzeige für heute Jahrhunderten doch mal die Stadt der Kräle über mir auch Schönen So, und jetzt muss ich... Ja, das passt doch. Ein Sombie und grüner Nebel schlägt bei mir aus. Ah! Achtung. Ih, du stinkst. Geh weg. Hm. Oh nee, jetzt ist er verkehrt. Oh. Jo. Das ist geil. Und dann... Warum... Machst du nicht. Clean Stone. Daraus. Stufen. Daraus. Doppelstufen. Und dann machst du diese Säulen aus diesen Doppelstufen und nicht aus diesen Cobblestone. Ja, das war jetzt ja nur um das schon mal hinzustellen. Ich finde das wäre schöner. Können wir doch machen. Wir können auch dunkles Holz nehmen, ist auch hübsch. Ach stimmt ja, jetzt bei 1.0 gibt es hier neue Kameraansichten, ne? Ja. Ja, ich weiß. Ich hab's vergessen. Wir könnten auch dunkles Holz nehmen übrigens. Ich wollte... Ja, können wir auch... Ich hab mich gerade gewundert, warum ich nicht mehr so... Nur mal guck. Ich geh auf den Händen zu voll abgefegt. Ui... Jetzt kann ich mich von vorne sehen. Das war schon wieder das böse Wortschüsse. Upsala. Jetzt kann ich mich von vorne sehen. Das ist doch lustig. Das gefällt mir. Oh, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Es fehlt aber noch ein... Es fehlt noch ein... Wie heißt das Ding? Boom. Oh Gott, he's a one zombie. Ein Mann noch. Oh... Huhn hat ein Ei gelegt. Huhn hat ein Ei gelegt. Denn der Huhn geht einfach nur Huhn. Huhn? Ich krieg die Tür nicht, ja. Na komm, Wu. Nein. Wu hat kein Ei. Wu hat kein weiteres Huhn gemacht. Dürut, 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 dürut. Dürut, 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 dürut. Die waren jetzt für ihn gerne, John. Oh, das sind... Wir lieben. Na, drei fünf Euro, das war so. Haben wir denn kein Holz mehr? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe alles verbraten. Nein, ich habe noch 11. Ich habe 11. Ja, aber ich brauche nur einen. Ich hätte dir auch einen von diesen 11 geben können. Meinst du eigentlich Holzlatten oder? Wer ist tot? Meinst du Holzlatten oder Dunkelholz? Ich meinte das, was hier schon steht. Also Dunkelholz, davon habe ich 11. Ja. Wunderschön. Oh, hier hat er einen Baum direkt vor meiner Nase. Hasso, 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 hast du noch mehr vom Kind? Ja, in der Kiste sind noch zwei. Da dachte ich, können wir anfangen. Nee, da hinten in den. Nein, noch ein weiter. Noch ein weiter. Sollen wir daraus Kürbis da machen? Äh, wo bitte schön? Na, hier. Ach, da. Okay, ich hatte sie noch in meinem Inventer. So, und daraus bekommen wir jetzt 8 Samen. Ja. Achso, ich wollte ja mal ernten. Ja, genau, ernte mal. Ich mache mal die Pilze da unten alle ab. Okay. Haust du dann da die Kürbisse hin? Mhm. Was ich einfach nicht verstehe. Und wie kann man denn immer daraus kommen? Die kann man nicht essen oder immer noch nicht essen, ne? Nein, leider nicht. Verstehe ich nicht, warum man die anpflanzen soll. Wozu, weshalb, warum? Wehen der Enderman. Da reicht ein Kürbis. Ja. Na ja, und natürlich und so. Da reicht eine Fackel. Ja. Du hast nicht rein zufällig irgendwie Kohle? Ach, da ist ja Kohle. Und dann fragst du. Ganz viel in den Kissen. Ach, gefunden. Sie fände nicht, ich habe noch keine Fackeln mehr. Ich habe auch keine Fackeln mehr. Doch Danke. Hefe-weizen- hefe.... Hefe-weizen- Hefe-weizen-Fet. Hefe-weizen- advised. Oder Hefeweizen... Hefe-weizen- flight. Oder ich, nicht. Wir müssen mal langsam ne? Was machst du mit langsam? Aufhören. Ja. Mh. Ich bin ja morgens weiter. Ach, das ist so hübsch. Was? Ich bin so angetan von deiner... Dingens hier so. Du machst die Blätter. Das ist so richtig hübsch. Oder ist ein Grieber? Der ist nicht hübsch. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 6 sind das... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Nee. Junge, warum hast du 8 Millionen Fackeln angehängt? Ah! Hast du jetzt die Pilze beendet? Mhm, die sind tot. Sech. War eh doof. Das ist nicht gleich... Äh... Das ist nicht äh... 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 Hä? Hä? Ja ne, ist klar. Ey, von oben tropf's doch runter. Das ist doch die geile Sprenkelanlage. Wieso kann man das nicht einfach als Gießen nutzen? Das wär doch geil, ne? Das wär doch witzig. Das wär neu. Könnte man schon die Felder unten gefessern? Geh aber nicht. Hm. Das... Irgendwo auf der Zorn mir. Vielleicht? Vielleicht auf dem Weg zum Neather Portal. Glaub ich nicht, dass es heller leuchtet. Also als ich hier runterkam, kam mir dann... Zorni auf dem Neather Portal. Dann mach doch mal mein Schmack wieder in die Hand. Letzends. Vor paar Jahren. Äh, 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 äh. Hm, hier ist keiner. Nee, hier ist keiner. Hab ich doch gesagt? Ey, wir haben doch jetzt genug Lapislazu für Sie. Oh schlug, ja. Oh, können wir den einen Block ersetzen? Äh, 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 setzen. So, was brauch ich? Was wollte ich jetzt eigentlich holen? Ich wollte... ...Clean Stone. Und ich wollte... ...Eimer. Hätte ich nicht ganz viele Eimer gemacht, ja hier. So, aber wir sollten mal echt... Echt was? Ja, du weißt schon was. Aufhören. Ja. Okay. It's time to lose. Ich mach hier kurz unendlich Wasserquille hin. Huscht. Huscht. So. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, immer noch neun. Hat sich nichts geändert. Das wär auch noch was... Du hast sie falsch ausgehört.